Alter! Oh, er leckt mich doch! Oh Gott! Jo und somit wieder herzlich willkommen bei einer weiteren Runde Black Rose. Wir sind hier stehen geblieben und zwar ging es darum... Ah! Genau! X mark the spot. So, und ich weiß, was damit gemeint ist. Ach du Scheiße, der kommt jetzt schon? Stimmt ja, der kommt... Oh shit! Oh! Oh fuck! Ich kenne das schon, aber ich bin immer noch erschrocken. Oh Gott! So! Oh fuck, wo war denn das? Falsch Richtung, oder? Oh shit! Fuck! Oh Gott! Noch mal da oben, noch mal da oben, noch mal da oben! Oh Gott! Wo war denn das noch? Nein! Nein! Da runter, 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 runter! Oh Gott! Äh, ja, ja, ja! Wo, wo, wo? Ach, wir müssen erstmal aufbauen, oder? Oh shit! Oh Gott, ganz nah, ganz nah, ganz nah! Oh shit! Nein! Ooooooh! Oh! Oh! Alter, wohl ich wusste, was passiert! Oh, Scheiße! Oh! Ich muss das ganz in Ruhe machen! Hä? Aber wohin? Das verstehe ich nicht So Von den ganzen Stühlen Mal sehen, außen sind welche Da sind welche Da ist dann Ja, da muss ein Schlüssel sein Leute Haltet eure Kopfhörer bereit, sie abzusetzen Es wird sehr laut Doch Scheiße Oh shit Komm weg, hier, weg, weg Da, hier muss irgendwas liegen Hier ist aber nichts Oh fuck, er kommt, er kommt, er kommt Oh nein Oh shit Okay, wir hauen jetzt erst mal auf, gucken, was passiert Ach, oder? Nein Was müsste passieren? Ich hab meine Schatze, wo sie sich einspenden können oder sowas Weg hier Oh, ich verstehe es nicht Da war nichts Okay, wir gehen jetzt einfach mal am Sarg ran Nein, Bockloch Ja, aber beim Stuhl ist nichts Leute, ich krepiere noch im Spiel Was ist das denn? Das nenne ich keine schöne Musik Ah Da drunter Was? This is over Now all That's Okay Or could this place go even deep on the ground Ach du Scheiße Oh oh Leute, wir können jetzt hier rein Doch nicht Okay, welche Tür ging nicht auf? Ich glaub hier Nee Da vorn Oh shit Oh Okay Achso, da war ja nichts Okay Hä? Welche Tür war jetzt nicht auf? Das verstehe ich jetzt gerade nicht Family room Oh Ich hasse meine Maus Ich hasse sie Ähm Ähm Okay Hat das jetzt irgendwas zu bedeuten Oder wie? Nein Das Das ist Das war Ach War hier nicht Was stand da? Die hatten ja gesagt Es geht noch weiter tiefer Also hier oder wie? Hä? Da ist doch was Aber ich kann mich nicht ducken Oder irgendwie sowas Nee Mal sehen, wir gehen jetzt weiter runter Steht hier The light within your eyes igniles me like a spark It is them for which I search forever in the dark Alter 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 Wenn ich sowas abends hören würde Verlassen Alter Krass Wir müssen runter Alter Alter Schede Oh 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 Gott Was macht die da? Entweder die stöhnt da rum Oder die krepiert Naja Tod ist sie ja schon So Hier ist nichts Da ist auch nichts Warte mal Ich glaube Ich kann Doch nach oben Mal sehen Da bin ich jetzt gespannt Wir müssen nach oben Ja Es wird lauter Ach du Scheiße Okay Die weint Aber irgendwie Trotzdem creepy Nee Die geht nicht auf Hey Woher kommen die Geräusche? Hallo Mees Ich hab da einen Schlüssel gefunden Aber wofür kann ich den jetzt richtig nutzen? Wo Wo Habe ich hier kein Inventar oder so? Irgendwie bin ich jetzt schneller als vorher Ich weiß nicht ob ihr das sehen könnt Aber Irgendwie brauche ich nur kurz da was bewegen Und dann Ja Ach du Scheiße Ich kann das gar nicht Ah doch Zack So ein bisschen weiter runter stellen So das geht hier Das ist besser Wir müssen da runter Ansonsten wüsste ich jetzt nicht wohin Da hier ist übelst krass laut Das muss doch oben sein Nee hier wirds wieder leiser Mal sehen Da war ja keine Tür mehr Soviel ich weiß Mal sehen Das konnten wir ja nicht angucken oder? Doch Da war Auch nichts mehr drin Okay All right Warum kann ich hier nicht rein? This door is wrapped pretty badly I don't think I'd able to get it open Okay Es funktioniert Ich übersehe was So wir gehen jetzt einfach mal zum Grab hin Also Grab zum Sarg Das war ja hier So nichts Ja Nicht in die Augen gucken Das kennen wir ja schon Nee irgendwie Ich weiß nicht ob das hier ein Fehler jetzt gerade ist Ja Baby Ich komm noch schon Ich komm noch schon Brauchst nicht fahren Ich kann dich schon trösten Aber ich muss erst mal zu dir kommen Aber wie? Der sagt der hier Lark ist auch weg Warte mal Ist das vielleicht Nee Ach komm Irgendwie So Ich muss mal was gucken So Tab Ähm Ja okay How to play Ja man kann nirgendwie Irgendwie Sich ducken Oder sonst irgendwas Ist hier irgendwie Vielleicht so ein Schloss Nee Wäre ja natürlich Zu schön Um wahr zu sein Ja das kann doch nicht sein Ja das kann doch nicht sein The light within your Hä Ich raffe es nicht Irgendwie Naja so Leute Ich muss ganz kurz mal gucken Warte kurz Ein Augenblick Ich schau kurz mal nach Also bis gleich So Leute herzlich willkommen Wieder zurück Und zwar Darauf wäre ich Nie mein ganzes Leben gekommen So wir gehen da mal hin Weil es hier so laut ist Ist hier etwas Wer wäre darauf gekommen Oh Gott Part of the floor Here is Feels loose When I press on it Wait a second I think it is Light at all Ach du scheiße Boah Oh scheiße Okay wir sind jetzt Unten in der Schlaf Gemach Yo Jetzt sind wir eingesperrt Oh 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 scheiße Oh fuck Okay Alles klar Den Weg können wir ja Nicht verfehlen Hier geht es ja nur Geradeaus die ganze Zeit Führt ja nur Einen Weg dahin Boah Jetzt dürfen wir Oh oh Es rieselt mehr Oh weh Es kommt noch Irgendein Rätsel hier Dann Dann Boah Ich weiß nicht Manchmal kommt man einfach nicht drauf Zum Beispiel das Unter der Treppe Wäre ich niemals drauf gekommen Oh oh Da hört sich was nicht ganz so gut an Der spielt Musik Ach du scheiße Ja Nicht schön Oh ich wette Hundertprozentig Die Musik bricht gleich Kommt ab Und dann geht es richtig Yo Fuck Oh shit Oh shit Was ist das Was ist das Eine Sicherung Scheiße Mach die Musik an Oh nein Ich glaube hier Oh das ist nichts Oh scheiße Das ist auch nichts Irgendwo ist hier jetzt was Aber ich finde es nicht Oh nein Gar Hä Wir müssen hier doch einsammeln Ähm Es geht aber nicht Also ich wüsste jetzt nicht mit welchem Knopf Okay Zurücklaufen können wir auch Oh shit Jetzt sind wir eingeschossen Oder was geht hier ab Ne es kann nicht sein Wir müssen die Sicherung nehmen Aber ich kann die nicht Aussammeln Ach komm Es geht einfach nicht Ja komm Ey das tickt doch hier gerade voll ab Oder Gar nichts Kein Knopf funktioniert Nichts How to play So Move Shift Run Look around Press Ja Links kick Mach ich doch Es geht nicht Boah alter Ist das schon wieder so übel schnell Okay So zack Alles klar So Ne es geht nicht Damit auch nicht Ja Hm War es das jetzt Oder was Ah It geht in the room May jam Okay Do not alarm Alles klar So So Jetzt können wir sie glaube ich einsammeln Auch nicht Ey das kann nicht sein Mal sehen Aufmachen So Ne Irgendwie Mag das Spiel mich nicht Ey ich hab doch jetzt keine Lust noch mal nachzugucken was jetzt hier los ist Ah ich muss noch mal tun Ne geht nicht Do not be As This is a common 10 Sekunden We are sorry for any This may cause and thank you for you Hey geht das noch nicht oder wie Ach Jetzt kann ich so Oh shit Da eins Da oben Oh Gott Schnell 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 Oh oh Da wird irgendwas lauter Irgendwas wird lauter Oh fuck 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 Gar nicht gut Gar nicht gut Oh 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 Alter Oh er leckt mich doch Oh Gott Oh shit Oh fuck Oh Gott Ich bin tot Nein Lass mich bitte Oh Gott Oh 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 jojojojojojoj Schlimmer als Slenderman Alter Schede Das hätte ich niemals geglaubt dass der da jetzt steht Alles klar bevor wir jetzt nochmal dasselbe machen Guck mal kurz wo alle sind Weil da stimmte gerade irgendwas nicht Da war nur fünf Da war kein Sechster Naja, egal, wir gucken jetzt nochmal Boah, hab ich einen Schrecken gekriegt Okay So, auf den zweiten Versuch So, hier liegt ja auch nichts Da ist auch nichts Ah, genau, vielleicht liegt hier einer außen Nee Okay, Horror geht weiter So, eins Zwei Ist ja keiner drinnen Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Eins Zwei So, mit denen ist es drei Okay, da ist auch keiner Vier Äh, fünf Ja, fünf Ähm, irgendwas Ah da, sechs Yo, uh, super So, zack Einfach mal machen Ja, nichts passiert Ist klar, wir haben ja auch was vergessen So Zack Boah, ich hoffe, wir schaffen's Los, los, los Oh Gott, es wird gleich so laut Es wird gleich so laut Boah, jetzt schnell noch die reintun Oh Gott, mach auf Mach auf, mach, 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 mach Oh, komm Oh, scheiße Nee, ne Oh Oh Gott Ja, komm, komm Oh Gott Oh Gott, ist das genau Oh, oh, fuck Oh, fuck Oh, shit Alter Schwede Oh, oh, hoffentlich ist das der richtige Weg Oh, oh Was ist das denn? Ach die Scheiße Oh, Gott Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh Gott, die sterben doch Wir schaffen's, wir schaffen's, wir schaffen's Oh, Gott Wir schaffen's Wir schaffen's Schneller Oh, was? 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 Alter, das kann nicht sein, ne? Das ist nicht möglich. So, jetzt aber... Komm, 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 komm! Wir werden zacken, wir werden zacken! Nein! Mal los! So, raus, 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 raus! Alter! So. In the dark. Ah! Geht doch! Ah! Ich habe das jetzt bestimmt schon fünfmal versucht. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Und dass man sich da jetzt wirklich umgucken muss, hätte ich jetzt niemals gedacht. Ich habe gedacht, man muss jetzt hoch zu dem Typ. Ah! Mann, 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 Mann! Ich fange schon an zu schwitzen! Ja, passiert da jetzt noch was? Irgendwas? Okay. 1.801 ist mein Score. So, das will ich jetzt nicht da so hinschicken. Ja! Das war's von Black Rose. Also, ich hoffe, euch hat das Spiel gefallen. Also, mich hat's echt mitgenommen, gerade jetzt zum Schluss. Also, boah, heftig. Also, wenn ihr es runterladen wollt, Link ist unten in der Beschreibung. Das Spiel ist kostenlos. Gibt das Spiel einen Versuch. Also, es lohnt sich wirklich. Auf jeden Fall, wenn mein Video euch gefallen hat, lasst mir doch einen Kommi oder einen Like da. Also, bis zum nächsten Mal.